Dieser schicke und dennoch praktische Ford Transit Custom Sport könnte schon bald vor ihrer Tür stehen. Herzlich Willkommen im Auto aus Wiesmann. Der Motor erfüllt die neuesten Abgas- und Umweltvorschriften. Damit sind grüne Plakette und günstige Steuer garantiert. Die großen und anklappbaren Außenspiegel bieten beste Übersicht. Dank vieler optischer Details wirkt die Karosserie besonders sportlich. Der Laderaum dagegen gewohnt praktisch mit einem Vinylboden. Schicke 18-Zöller unterstreichen den sportlichen Charakter. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Hinten eine praktische Holzverkleidung. Das umfangreiche Sicherheitspaket schützt Sie rundum mit ABS, ESP, Airbags, Nebellampen vorne und der heizbaren Frontscheibe. Die Klimaanlage mit Pollenfilter sorgt für Wohlbehagen. Zum CD-Radio gehört auch eine Bluetooth-Freisprechanlage vom Typ Sync. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis. Auch telefonisch. Mit diesem sportlichsten aller Transit. Ford Custom Sport. Und seiner umfangreichen Ausstattung. Wenn Sie viel Spaß haben. Und damit nichts passiert unterwegs, hat der Wagen zwei Jahre Garantie. Auf Wunsch gerne verlängerbar. Schauen Sie doch mal rein und fahren Sie in einfach Probe. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten oder Ihr neues Auto gleich mitnehmen. Oh, gut, dass Sie schon anrufen. Das Team von Wismar freut sich auf Sie. Das Team von Wismar freut sich auf Sie.